Die Inspiration für unseren Kurzfilm war der Film Irgendwann wird alles zu viel. In dem Film geht es um Mobbing und wir haben uns das Thema Cybermobbing ausgesucht. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie ist es eigentlich, wenn man als Betroffene das alles anfängt zu glauben. Viel Spaß! Alles gut, Paula? Ja, alles gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020